Wen interessieren die Grünen? Wen interessieren die sich von den Fühlmaxisten, dass die schlechte Wahlverlehrer die Sowjetzeiten aus dem Jahr 5 der österreichischen Kabinettischen Rechtsanwälte zu ihren Wählern in der Luft gesetzt sind? Konzentrieren zur österreichischen Bundesregierung, die ist eigentlich nicht falsch. Die Fortsetzung des abgewählten Münchenbauer 2-Kabinetts erleben wir heute nur ohne Münchenbauer. Sonst sind die handelnden Personen genau gegreifen geblieben. Der Regierungskoordinator Werner Feinand, Regierungskoordinator der ÖVP vom Jahr 2007, der Neffe, vom Landeshaften Bröhm, der von Behoop Neffe ist, sonst wird er nie so weit gekommen.